Was ist wichtig für die Motivation, die Studieneingangs- und Orientierungsphase abzuschließen und dann erfolgreich in das weitere Studium einzusteigen? Die STEOP ist zwar ein besonderer Teil des Studiums, in dem Sinne, dass sie einfach am Anfang steht, aber sie ist natürlich in einem großen Kontext eingebettet. Also wenn man die STEOP abschließt, beginnt ja das Studium eigentlich erst. Es ist zwar ein gewisser Druck, natürlich, aber wenn man sie abschließt, hat man auch die Gewissheit, dass man diesem Druck standhalten kann. Daraus kann man dann wiederum Selbstbewusstsein generieren, zu sagen, okay, wenn ich das kurze Projekt STEOP abgeschlossen habe, reicht meine Kraft auch für das lange Projekt eines Bachelors, eines Masters, eines Doktorats oder weiß Gott noch mehr darüber hinaus. Und es hilft sicher auch, sich bewusst zu machen, dass man mit den anderen Studierenden und Studierenden einfach in einem Boot sitzt. Das geht ja jedem so. Jeder kämpft am Anfang, jeder sucht sich einen Weg durch diese neue Umgebung. Aber es schaffen auch viele. Und es haben auch schon viele vor einem geschafft und es werden viele nach einem schaffen. Wenn man sich das bewusst macht, dann wird das Problem, das oft unüberwindlich scheint, einfach schon mal naturgemäß etwas kleiner. Man kann es schaffen. Und andererseits, wenn man dann sieht, dass man auch in STEOP-Veranstaltungen schon sehr mit der Praxis seines späteren Berufs zum Teil zu tun hat. In der Informatik fangen wir schon sehr früh an, wirklich relevante Aufgaben lösen zu lassen. In der Informatik versuchen wir zum Teil schon aus STEOP-Veranstaltungen heraus zukünftige studentische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen, die dann einfach in weiterer Folge sehr nahe an aktuelle Forschungsthemen geführt werden. Wenn man also diesen frühzeitigen Kontakt zur Praxis sieht, dann sollte einen das auch motivieren, einfach weiterzutun. Und das STEOP nicht so als die große Hürde zu sehen, sondern als eine Chance, tatsächlich fundiert in ein Fach hineinzustarten. Ich würde jedem Studierenden raten, auch wenn es nicht im Curriculum vorgesehen ist, Fachwissen sozusagen praktisch anzuwenden, schon während des Studiums Kontakte zu knüpfen mit der Arbeitswelt, sich verschiedenste Abendsbereiche anzuschauen, um zu sehen, was liegt mir, was sind meine Stärken oder was gefällt mir auch nicht, was werde ich sicher nicht tun und dementsprechend sozusagen die freie Wahl oder das zu vertiefen, was mich ganz, ganz speziell interessiert. Wesentlich, denke ich, ist es auch, aktuelle Informationen wahrzunehmen, diese zu beurteilen, darüber zu reflektieren und dann vielleicht auch mit seinen Kollegen das zu diskutieren. Und da gibt es natürlich im Ernährungsbereich ganz vielfältigste Themen, die eben in den Medien, in der Politik diskutiert werden und wo man also dann sein Fachwissen wirklich auch praktisch anwenden kann und wo es dann auch Spaß macht sozusagen zu sehen, warum bedarf es des Grundlagenwissens oder des Fachwissens oder diverser Lehrveranstaltungsinhalte, um hier also wirklich kompetent und wissenschaftlich fundiert diskutieren zu können und argumentieren auch zu können. Wenn die Orientierung in der STEO zu dem Ergebnis geführt hat, und das hoffen wir natürlich in den meisten Fällen, dass das so ist, dass sich Studierende wirklich für das richtige Fach entschieden haben, dann ist die Motivierung relativ klar, nämlich die Möglichkeit, den weiteren Weg durchs Studium aktiv entlang der eigenen Interessen zu gestalten. Das ist jetzt in Abhängigkeit von den Curricula vielleicht nicht überall gleich leicht und es gibt nicht überall die gleichen Wahlmöglichkeiten, aber grundsätzlich bedeutet halt die STEOP hinter sich zu haben, die Freiheit, das Studium auch nach eigenem Ermessen zu gestalten. So, jetzt haben wir gehört, dass die STEOP schwierig ist. Was ist die Motivation, um die STEOP abzuschließen und um das Studium weiter erfolgreich zu meistern? Eine ganz große Motivation für unsere Studierenden, die mit der STEOP in das Studium einsteigen, sollte sein und ist hoffentlich, dass das Wissen, dass wenn sie die STEOP abschließen, es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass sie das gesamte Studium erfolgreich abschließen können. Unsere Abschlussquote korreliert ganz stark mit der Quote derjenigen Personen, die die STEOP bestehen. Das heißt, wenn sie die STEOP schaffen, ist es sehr wahrscheinlich, beziehungsweise man kann davon ausgehen, dass sie auch das gesamte Studium der Theater, Film und Medienwissenschaft abschließen. Das heißt, man muss da sozusagen ins kalte Wasser springen, man muss die Zähne zusammenbeißen, ein Semester, manchmal zwei Semester, wenn sie die STEOP wiederholen müssen. Aber wenn sie es geschafft haben, die STEOP abzuschließen, positiv, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das gesamte Studium bestehen. Ja, das ist eine tolle Motivation. Das finde ich auch. Und es ist auch eine Motivation, dass wenn man, je aktiver man in der STEOP ist, desto mehr wird sozusagen dieses universitäre Lernen aktiviert und desto leichter fällt einem dann vielleicht auch, fallen einem die nächsten Schritte im Studium? Absolut. Gut, dass du das erwähnst, weil das natürlich auch die Erfahrungsberichte reflektiert von Studierenden, die schon weiter fortgeschritten sind, die sagen, dass sie im Grunde in der STEOP, in der Phase der STEOP am stärksten herausgefordert waren und eigentlich alles, was sie dann sozusagen später im weiteren Studium brauchen, auch an Tools, an Lernstrategien durch die STEOP erfahren haben. Das heißt, es wird leichter, es wird natürlich auch interessanter, es geht mehr ins Detail, also unbedingt dranbleiben, die STEOP allein reicht natürlich auch nicht. Und dann ist es einfach mal, dass die STEOP von der STÖP für die STEOP. Die STEOP. Die STEOP. Die STEOP. Die STEOP. Die STEOP. Vielen Dank.